Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Am Montag, dem 28. Oktober 2024, war es wieder soweit. Entwickler Daftail Games veröffentlichte ein neues Update für Trainsome World 5. Und dieses Update behebt wieder jede Menge Probleme, vor allem im Core, also im Kern von Trainsome World 5, sowie auf den drei neuen Strecken, unter anderem auch auf der neuen deutschen Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzig-Talbahn. Außerdem gibt es Verbesserungen für den Editor und es gibt eine weitere Strecke, auf der jetzt der Zugbegleitermodus genutzt werden kann. Ja, zu den Hauptpunkten, zu den sogenannten Headliners des Updates gehören, dass auf der Konsole PlayStation 4 wieder ein Teil der Abstürze behoben wurde, nämlich einmal die Abstürze, die im Schnellreisemodus passiert sind. Also im Schnellreisemodus, wenn ihr euch auf der Karte vom einen zum nächsten Bahnhof halt sporent, das ist dieser sogenannte Fast Travel Mode, das führte wohl auf der PS4 zu abstürzen und das ist behoben worden. Und dasselbe auch, wenn ein Szenario geladen wurde, auch diese Absturzprobleme sind behoben. Des Weiteren hat man auch nochmal im Creators Club einige Änderungen vorgenommen. Zum einen, wenn ihr dort eure Zugformation anbieten wollt und zum anderen gibt es jetzt nochmal einen weiteren Suchmodus im Creators Club. Da könnt ihr auch nach aktuellen Trends suchen. Creators Club oder auch als Kreativnetzwerk bekannt. Das ist ja die spielinterne Plattform, wo ihr eure Lackierungen, eure Szenarien und Zugverreihungen untereinander mit anderen austauschen könnt. Weiterhin wurde auch nochmal an der Live-Map, da wurden nochmal Dinge an der Live-Map korrigiert, dass diese wohl zu relativ geringen FPS-Zahlen geführt hat. Das hat man nochmal optimiert. Auf der Xbox nochmal, also Xbox Series XS nochmal einige Speicheroptimierungen vorgenommen. Und auch im Zugbegleitermodus gibt es zwei Korrekturen, die man vorgenommen hat. Weiterhin gibt es auch Korrekturen, ja, auf der englischen Strecke West Coast Mainline und vor allem auf der deutschen Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn. Da gab es ja einige KI-Züge, die nicht so funktioniert haben. Da wurden die Fahrwege korrigiert und Züge, die am Frankfurter Hauptbahnhof starten, die hat man jetzt auch nochmal so ein bisschen anders positioniert. Denn das kam vor, dass die eben ja etwas weiter vorn gehalten haben am Bahnhof, als sie eigentlich sollten. Die Liste des Updates ist sehr umfangreich und relativ lang. Und ja, es gab auch Korrekturen bei der West Coast Mainline, London-Huston, wo nochmal ein paar, sag ich mal, Schönheitsfehler korrigiert wurden. Dann gab es auch nochmal auf der Antelope Valley Line, das ist eine Strecke, eine frühere TSV-4-Strecke, da gab es auch nochmal Korrekturen bei dem Steuerwagen. Und bei der Baureihe 101 Expert wurde ebenfalls ein Problem mit der LZB behoben. Das war wohl, wenn ihr im Führerstand 2 gewesen seid, da gab es da wohl auch ein paar Probleme, die jetzt korrigiert wurden, genauso wie bei der DB Vektron-Lokomotive. Ja, alles in allem also wieder viele Sachen, die behoben wurden. Interessant war es diesmal, dass auch der PC-Editor für TransomWird 5 diesmal ein kleines Update bekommen hat. Auch hier haben wohl einige Funktionen nicht so funktioniert, wie sie sollten. Und das hat man jetzt mit dem, ich glaube, seit langer Zeit mit diesem Update mal eben einige Dinge auch behoben. Gerade was das Suchen nach Materialien zum Beispiel angeht. Der TransomWird-Editor, der kann bislang nur auf dem PC genutzt werden und der ist für euch alle kostenlos auf der Plattform Epic zugänglich. Und das spielt keine Rolle, ob ihr TransomWird 5 über Epic oder über Steam am PC spielt, sondern bei mir ist das ja auch so, ich spiele das über Steam und der Editor, der kann trotzdem im Epic-Store genutzt werden und kann trotzdem auch euer TransomWird 5 auslesen. Mit dem TransomWird-Editor habt ihr die Möglichkeit, selbst eigene Strecken in TransomWird 5 zu bauen oder eigene Häuser und eigene Fahrzeuge ins Spiel reinzubringen. Ihr könnt auch Szenarien bauen, neue Fahrplanmodi anlegen. Das Ganze ist aber auch sehr umfangreich und sehr komplex. Allerdings hat der Editor, der ursprünglich mit TSW 4 veröffentlicht wurde, eben dafür gesorgt, dass sich die Community doch deutlich weiterentwickelt hat in TransomWird, da dieser Editor auch sehr viele Community-Projekte angeschoben hat, die ja im Forum von Dovetail Games nachzulesen sind. Ich sage uns sowas zum Beispiel Stuttgart-Würzburg oder Hamburg-Hannover oder Berlin-Kottbus, nur um mal ausgewählte Projekte zu nennen. Also das hat eigentlich dafür gesorgt, dass dieses Spiel, ja sagen wir mal, also das hat dem Spielspaß wirklich gut getan. Und der Editor, wie gesagt, ist für alle, die TSW am PC spielen, eben kostenfrei auf dem Epic Store zugänglich. Ja, dann können ab sofort auch, kann der Zugbegleiter-Modus auch auf einer neuen Strecke genutzt werden, nämlich auf der englischen Strecke Birmingham Cross City Line. Das ist eine Vorortsstrecke im Großraum Birmingham und da könnt ihr ab sofort den Zugbegleiter-Modus in den Fahrzeugen der Class 323 nutzen. Und zwar an beiden Varianten. Einmal in der Standard-Variante, die ja bei dieser Strecke schon dabei ist, und dann sogar noch im Add-on, also der Recunel-Class von SimTrack Studios. Das ist dasselbe Fahrzeug mit einer neuen Lackierung und noch ein paar Anpassungen. Und in beiden Fahrzeugen könnt ihr auf dieser Strecke nun ab sofort auch im Zugbegleiter-Modus spielen und müsst euch um die Türen kümmern und hier die Fahrkarten kontrollieren oder auch hier das Gepäck eben aus dem Weg räumen. Leider hat es nach der Veröffentlichung dieses Updates wohl bei einigen Probleme gegeben. Und zwar, dass wiederum bestimmte andere Sachen nicht mehr ganz so funktionieren, wie das soll. Und da ist Duftail Games aber aktuell hinterher, dass man auch diese Sachen behebt. Zum Beispiel erschien heute am 29. Oktober wieder ein kleines Update, welches wohl einige Animationen an den englischen Zügen Class 380 und Class 801 sowie den New Yorker Nahverkehrszug eben, da haben wohl einige Animationen nicht mehr funktioniert und die hat man jetzt auch wieder behoben. Bekannt ist, dass wohl einige Sachen nach dem Update im Editor nicht mehr so funktionieren. Bekannt ist auch, dass wohl bei dem Pendolino, dass es da wohl in Houston zu Entgleisungen kommen kann. Und bekannt ist auch, dass der Schaffner-Modus auf der Birmingham Cross-City Line wohl noch nicht so richtig 100% funktioniert. Aber da wird es in den nächsten Tagen sicher wieder Updates geben. Euch erwartet ja außerdem noch zwei neue Strecken jetzt im kommenden Monat. Am 12. November die amerikanische Strecke MBTA-Commuter und am 21. November dann die West Coast Mainline in den 1980er Jahren von Preston nach Carly inklusive deren Abschnitt nach Moorkame. Das ist dann eine über 100 Meilen lange Strecke. Da kommt also noch ein bisschen was auf uns zu in diesen Herbst. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es schon für heute. Was ist eure Meinung zum Update und wie findet ihr das, dass ihr jetzt auf einer weiteren Strecke die Zugbegleitung übernehmen könnt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich danke euch ein bisschen fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Hab bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise. Bis zum nächsten Video.